Ich weiß gar nicht wie Gronko und Dara zu so viel Spaß hier dran haben. Ich hätte mir die Let's Plays damals angucken müssen. Wo zum Henker ist denn hier Kohle? Wo zum Henker ist denn das Gras, was ich gepflanzt hab. Das wunderschöne Gras. Gib mir Gras. Ich schau mal deiner Nase nach, vielleicht findest du da was. Ah, ich hab die Fackeln. Mach einfach mal. Jetzt hast du Fackeln. Boah, ich würd so gern diese Granate. Wenn ihr mir ein Like gebt, dann werf ich die Granate ab. Voll die Kopiererin hier. Boah, ne, das ist voll heucheln, ey. Voll die Kopiererin hier. Das ist richtig geheuchelt. Voll die Kopiererin hier. Das ist richtig geheuchelt, was ist denn das? Das ist wie so ne Bergziege, die hat voll die Schneidezähne wie Spongebob. So schreit kein Mann. Da ist noch eins. Alter, wie kommt ihr... Du kommst hier nicht hoch. Geh weg. Da ist noch eins. Alter, wie viel kommen denn von denen? Peakstone? Was ist denn Peakstone? Einfach mal aufsammeln. Nicht fragen, einfach mal aufsammeln. Peakstone. WTF. Oh, ist das ein großes Teil. So etwas sagst du nicht auf. Das nennt sich Night Rockstar. Ah, ja, das brauchen wir, damit wir Rüstung machen können. Das ist voll das große Viech. Alter. Schön. Ich hab nie so ein großes Ding gesehen, ey. Ja, das glaub ich dir. So, ich wollte aber hier einen Übergang machen zum hier und hier. Und hier. Das ist das große Ding. So, jetzt muss ich nochmal einen Pilz essen. Oh Gott. Oh Gott. Hast du es jetzt in den Mund genommen, oder was? Da ist schon wieder eins. Alter. Alter. Mann. Du kannst mir ja mal einen Gefallen tun. Ich brauche... Drei Optionen. Ich... Ich... Was ist denn ein Miro-Ei? Ich brauche ein... Miro-Auge. Ein Miro-Auge? Miro-Ei. Ja, das ist so ein orangenes Auge. Ich weiß nicht, von welchem Vieh ich. Da brauche ich vier Stück von. Das kann ja wahrscheinlich nur so ein Viehchen in den Höhlen sein, oder? Ich meine, ich bin jetzt grad hier in der Höhle, aber... Stimmt. Achso, du auch. In welcher bist du denn? Ich... Ich... Ich schaue nur, ob es hier irgendwo Kohle gibt. Ich will mich gar nicht so weit reinwagen. Wenn du da warst, wo ich war, da... Da bis dahin, wo die Fackeln ist, da ist keine Kohle. Nein, ich bin nicht hier woanders. Achso, bist du noch in einer anderen Höhle? Ja. Ja. Ich bin ein bisschen weiter weg. Die Höhlen sind echt interessant. Da ist schon wieder so ein Viehchen. Ja, die sind auch so komisch aufgebaut. Komm dir her, ist hier irgendein Spawner oder so. Komm nachher nach Hause mit Leder ohne Ende, du. Dude. So viel Leder... So viel Leder... Äh... Leder... Genau. Leder, dude. Ahem. Da unten ist ne Truhe. Oh mein Gott. Und hier ist Bedrock. Hier geht es aber echt tief runter. Höh! Nein! Oh. Huhuhu. Böse. Äh... Gibt es echt keine Kohle, wirklich nicht? Ist doch lame. Oh nein, wie lame. Oh, was für eine Enttäuschung. Und ich scheiß mich hier schon fast... Äh, Entschuldigung. Und ich... Ich... Mach mich hier schon fast in die Hosen, weil ich in eine Höhle gehe. Ich behandle die Höhlen hier ein bisschen mehr mit Respekt als Minecraft. Oh, ich sollte den Stein vielleicht mal so nehmen. Oh, hier unten ist es total gruselig, wenn man hier alleine ist. Oh mein Gott, ich höre irgendwas. Das gefällt mir nicht. Hier ist ne Truhe, Leute. Oh mein Gott, was ist denn da drinne? Boah! Wood Mining Cell, Morstorch, Explosive Bombe, Red... Verdammt! Ein roter Partyhut. Was? 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 Und eine, äh... Eines... Ein roter Partyhut? Und noch eine Stinkbombe. Ja, passt doch zu dir. Ja. Okay, weiter geht's. Äh... Geht's noch tiefer rein? So. Ich hab jetzt grad einen Kohleblock gefunden, in der zweiten Höhle, das ist echt schön. Ich frag mich da echt, wie, ähm, viel Kohleaufkommen es allgemein hier gibt. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, also so groß ist die Höhle gar nicht, wie ich dachte. Jetzt sieht die noch ziemlich klein aus. Und auch keine Kohle hier drin, also ich hab echt Pech mit Kohle. Oder ich bin so doof zum Gucken. Ja, vielleicht... Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass das Kohle-Vorkommen hier nicht groß ist. Es ist ja bei Minecraft damals auch erst so gewesen. Na ja, zumindest haben wir hier Bedrock. Ich hab hier sogar noch ein Steinchen. Hier ist sogar noch ein Steinchen. Es ist aber echt doof, dass man das nicht so aufsammeln kann, sondern halt echt wirklich erstmal... Die Kohle jetzt? Warten, ja genau, warten muss, bis es extracted wird. Aber das ist zum Beispiel bei, äh, bei Obsidian ist das auch so. Da nutze ich mal die Gelegenheit und baue ich hier mal einfach durch. Vielleicht finde ich hier auch noch durchzuver ein bisschen mehr Kohle. So, das ist normale Stone wieder hier, oder? Dead Rock. We used to be a Bedrock. Verdammt, ey. Baby, don't touch me if you wanna like. Can't touch this. Oh, was ist denn das hier? Ohohoho, scheiße. Ich hab Angst. Ähm. Ja. Ach du Scheiß. Was war das denn? Ich hab ein bisschen Schwung voll. Boah, es geht jetzt tief hier runter. Alter. Es ist tiefer als meine... Ja. Ja, was willst du sagen? Oh Gott, da geht's hier noch nach oben. Ja, es geht bestimmt noch tiefer hier runter. Ja, es geht bestimmt noch tiefer hier runter. Ich hör unter mir Viecher oder so. Unheimlich. Okay, weiter geh ich aber, die ist mir zu unheimlich hier. Oh mein Ohr. Oh mein Ohr. Oh mein Ohr. Oh mein Ohr. Entschuldigung. Alte aus dem Steg und so. Ja, ganz genau. Oh Gott. Von der Mitte zur Titte zum Sack, zack, zack, auf geht die Post-Party. Ja. Auf geht die Post. Und dann steht DHL vor der Tür. Oder Hermes. Ey, ich hab das Gefühl, ich hör die ganze Zeit hier Schritte, ne? Ich hab das Gefühl, hier ist irgendjemand in der Höhle. Aber hier ist keiner außer mir. Du warst paranoid. Oh shit. Was ist denn ein Fuß hier? Ja, also wenn wir auf jeden Fall in eine Höhle gehen, dann sollte... Also, wenn wir mal vorhaben, so eine richtige Höhlen-Tour zu machen, dann sollten wir das, glaube ich, wirklich zu zweit machen. Das könnte sonst böse sein. Ja, was heißt richtige Höhlen-Tour? Ich mein... Oh, eine Höhle. Ich hab jetzt halt hier das Glück, dass die hier nicht weiter geht. Also, ich geh mal davon aus, dass da bestimmt irgendwo eine versteckt ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Ach, ich hab hier noch... Ich muss auch erstmal ein bisschen was zu essen wieder sammeln. Bevor ich hier... Dann kann ich ja eigentlich die Fackeln wieder mitnehmen, ne? Was ist das denn hier? Magnetit. Ach, hier ist unser Häuschen. Ah. Nehme ich die Fackeln mal wieder mit? Hier ist ja eh nichts. Fuck. Da wird nicht lang gefackelt. Einfach alles mitnehmen. ETF. Ist das Schwein einfach abgehauen. Was denn jetzt mit der Kohle? Du weißt genau, ich hab keine Kohle. Ja. Ich aber auch nicht. Bin Studentin, hallo. Glaubst du wirklich, ich hab Kohle? Würdest du dir denn zum Geburtstag Kohle wünschen? Da mein Geburtstag erst dieses Jahr wieder ist, würde ich mir einfach mal sagen, ja. Okay, dann schenke ich dir nächstes Jahr zum Geburtstag Kohle. Ja. Ja. Sollte ich schon Steinkohle. Oder Holzkohle. Fünfte. Ich dachte, du meinst jetzt normale Kohle. So, ähm. Also ich dachte, du meinst jetzt richtige. Ja gut. Äh, ich kann dir... Also Leute, ne? Ach genau, genau. Mach doch einfach mal, ich mach, ähm, ich mach zu Weihnachten so ne Aktion. Schickt mir doch einfach mal per Post dann, ähm, Kohle und wir schicken dann so ein Päckchen zu Fini. Dann geht die Post ab. Der Kohle. Oh, ich kann jetzt die Beine zurücklegen hier. Ich baue grad das Obsidian ab hier. Ach ja. Erstmal entspannt. Naja, was soll ich machen? Das ist wie in so einem Backofen. Ich find's schade, dass ich nicht per Hand abbauen kann den Block. Huch. Hab dir nicht gehört. Ich trinke nicht während der Aufnahme. Ne, überhaupt nicht. Man hat auch nicht den Deckel aufschrauben hören. Ach Quatsch, das hört man nicht. Ne, hört man nicht. Man hört auch nicht, dass du dir grad was eingeschickt hast. Total professionell. Macht man auch heutzutage nicht mehr im Livestream, dass man nicht mehr trinkt. Das ist total professionell. Mensch Leute, natürlich macht man das heutzutage. Wenn man Durst hat, hat man Durst. Und ihr seht wie viele Leute im Livestream trinken. Also. Also. Unalkoholisches trinken. Wasser, Wasser. Nicht, dass ihr jetzt denkt, die saufen Alkohol. Gut, es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die Alkohol saufen. Aber das sind dann so die 0815 YouTuber. Die meinen, die werden was und hätten dicken Pilz da unten. So. Item can't be placed there. Ja, wo kann's denn geplaced werden, meine Güte? Äh. 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 Jetzt bleibt ihr mal fertig? Nein, immer noch nicht fertig. Ach. Wie zum Henker kann ich denn hier Dingens machen? Ne? Dinger und so. Ähm. Sachen einpflanzen. Ich kann's nicht auf das Gras rauf tun. Da wird mir angezeigt, dass es dort nicht geht. Ach. Was hast du zum Einpflanzen? Ja, hab ich doch gesagt. Ähm. 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 So was, dafür musst du ein Feld machen. Wie du jetzt ein Feld machst, weiß ich nicht. Wahrscheinlich musst du da... Ich weiß gar nicht, ob du sowas machen kannst. Ob du da irgendwie so die Erde umpflügen kannst oder so. Ein Woodwall. Woodwall. Bestimmt. Was gibt das in Style? White Woodwall. Wow. Dekor. Limestone. Stimmt. Vielleicht... Dekor Explosives Formation. Oder guck doch einfach mal im Store. Vielleicht kannst du da... Ähm. Vielleicht gibt's da irgendwelche Infos. Ich weiß es nicht. Ach. Katastrophe. Ja, ne? Oder steht das vielleicht hier bei den Seeds? Guck auch noch mal im Store. Was haben wir denn hier noch? Was will ich denn noch freischalten? Can be planted. Ja, toll. Und weiter. Moment. Ansonsten schau ich mal ganz kurz. Mosaik. Äh. Was man hier... Ey, man kriegt hier mittlerweile auch so Steinen, wo du zum Beispiel sogar, ähm, wo du zum Beispiel einen Tempel bauen könntest. Und hier kriegt man auch Gläser mit Farben. Tempel? Ja, also ich hab zum Beispiel hier Gläser kriegen, kann ich hier kaufen. Kann ich freischalten mit verschiedenen Farben. Dann kann man zum Beispiel wie in der Kirche diese buntes Fenster glasen so. Mit Mustern und alles. Voll cool. Ja, so ist das echt cool. So. I used to plant crops on plow soil till then to see plow. Was ist denn plow? Wie wird... Was ist denn plow? Wie wird... Was ist denn plow? Plow? Ja. Ja, als hätte ich jetzt irgendeinen Code. Ich krepier hier gleich vor lauter Lachen. Komm schon, die Tränen. Wo ist denn... Wo ist denn hier plow? Plow? Hier gibt es kein plow. Alles tut tut. Aber das Wikipedia sagt, es gibt hier plow. Wikipedia ist nur nur... Wikipedia ist... Wikipedia ist da rein zu scheiß. Ja, weil es so wissenschaftliche Sachen geht, aber das ist nicht wissenschaftlich. Das war das Creatypedia. Great. Was brauche ich? Ach, genau. Geht's denn hier hin? Hier war ich ja auch noch gar nicht. Ach so, hier geht's... Oh, zum Linker geht das denn? Plow, 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 plow. Da ist das... Das Schweine ist das hier. Oh, toll, das kann ich erst machen, wenn ich Obsidian Mining Cell habe. Na toll. Oh, Mann, das ist ja anstrengend hier.